Guten Abend miteinander. In Ihrem Co-Center gibt es jetzt exotische Träume. Es gibt wieder Kiwis und Avocados. Und so wird ein Avocado vorbereitet. Kurz vor dem Servieren, schneiden Sie das Fruchtfleisch, die Länge nach einschneiden, dann die beiden Hälften gegeneinander drehen und so lösen sich die Kerne, die Sie dann gut mit einem Löffel rausnehmen können. Jetzt habe ich Ihnen noch einen Tipp. Avocados sind nämlich nur gut zu messen, wenn sie auch schön weich sind. Sie können also mit einem leichten Griff feststellen, ob sie weich oder elastisch ist. Falls Sie mal eine harte Avocados haben, dann können Sie sie gut bei Zimmertemperatur einfach noch etwas ausreifen lassen. Und diese unscheinbare Frucht mit dieser sammetweichen Schale, das ist eine Kiwi. Und am besten kommt man dem köstlichen Aroma der Kiwi auf die Spur, wenn man das Fruchtfleisch auslöffelt tut. Man kann aber die Kiwi auch geschält in feine Scheiben schneiden und so manches Gericht oder Dessert bereichern. Wie zum Beispiel so einen feinen, frischen Fruchtsalat mit Kiwi. Also, wie wäre es jetzt mit so einer exotischen Abwechslung? Kiwi und Avocados von Coop. Aber jetzt gehen wir wieder in ganz andere Regionen. Der Wintersport ist wieder aktuell. Achtet Sie auf den Prospekt von Ihrem Coop-Warenhaus in Ihrem Briefkasten. Hier drin hat es über 200 Angebote von den Ski bis zur Bekleidung zum absoluten Tiefstpreis. Das Heizen vergisst man jetzt sicher nicht, aber haben Sie noch genug Öl daheim? OK Coop, der grösste Haushaltslieferant von Heizöl in der Schweiz, bedient Sie sofort zu den günstigsten Tagespreisen. OK Coop ist Ihre Spezialist für Heizöl, Kohle und Schmineholz. Mhhh, das schmeckt es aber wieder gut. Also schnell rüber in die Studioküche zum Coop-Rezept dieser Woche. Guten Abend. Jetzt gibt es bei Coop einen ganzen Haufen Fenchel. Wir machen ihn auf eine besonders rassige Art. Fenchel mit Sartellen. Pro Person schneiden wir einen rauen Fenchel in solche Tranche. Jetzt können wir den geschnittenen Sartellenfilet ins Olivenöl. Fenchelscheiben drauf. Sehr vorsichtig salzen und mit zwei Esslöffeln Wasser ablöschen. Das Ganze lassen wir zudeckt bei kleinsten Flammen eine halbe Stunde schmoren. Wenn die Flüssigkeit verdampft ist, richten wir den Fenchel auf einer vorgewärmten Platte mit halbierten Oliven und Kappern an. Das Rezept steht in der GORB-Zeitung. Herr Guten. So, wir danken Ihnen für das Zuschauen. Achtet Sie jetzt aber auf die Aktionen, die gerade kommen. Es sind alles Artikel, die Sie täglich brauchen können. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop Bohnencafé Extelento 500 Gramm statt 6,70 nur 5,80. 250 Gramm statt 3,60 nur 3,10. Café du Connoisseur 250 Gramm statt 4 Franken nur 3,50. Hinterschinken mild gesalzen ohne Schwarten 100 Gramm statt 2 Franken nur 1,55. Amarillis mit Pflegeanleitung Rot, Violett, Rosa und Rot-Weiss. Zwiebelgrösse zwischen 28 und 30 cm ein Topf nur 5 Franken. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag Gakko-Getränk Nesquik sofort löslich 1 Kilo statt 8,10 nur 6,50. Malzgetränk Sanomalt sofort löslich 800 Gramm statt 5,20 nur 4,70. Mischsalat, Beutel an 250 Gramm nur 1,70. Auf Wiedersehen! Mhm. chacja u. o y e u. Untertitelung. BR 2018